In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man gebrochenrationale Funktionen ableiten kann, beziehungsweise welche Ableitungsregel überhaupt in diesem Zusammenhang Sinn macht. Bevor wir uns gleich mit Beispielaufgaben beschäftigen, will ich noch an die wichtigsten Ableitungsregeln erinnern, die wir natürlich auch in diesem Tutorial verwenden werden. Als erstes die Kettenregel, dann die Produktregel und die letzte wichtige Regel ist natürlich die Quotientenregel. Ich gehe in diesem Tutorial davon aus, dass diese Regeln einigermaßen bekannt sind. Da es so viele Regeln zur Verfügung stehen, ist es natürlich wichtig zu erkennen, wann bzw. welche Regel am besten zu verwenden ist. Und um ein Gefühl dafür zu bekommen, muss ich natürlich ordentlich üben. Ich werde jetzt versuchen, diesen Gefühl ein bisschen zu beschleunigen, das heißt anhand von ein paar typischen Aufgaben euch erklären, auf was ihr am besten achten müsst. Wir schauen uns als erstes diese gebrochenationale Funktion an. Sieht noch relativ einfach aus. Ganz gut zu erkennen, gebrochenational, weil der Nenner natürlich eine Variable, also ein x beinhaltet. Und um diese Funktion abzuleiten, würde ich gar nicht empfehlen, eine der großen Regeln zu nehmen, sondern in diesem Fall, nach einer kleinen Umformung, wäre empfehlenswert, diese zwei Grundregeln aus der 10. Klasse zu verwenden, also Potenz- und Faktorregel. Aber natürlich könnte man alternativ auch die Produkt- bzw. die Quotientenregel anwenden. Die nächste Beispielaufgabe sieht schon ein bisschen aufwendiger aus. Hier würde ich ebenfalls empfehlen, nach einer kleinen Umformung die Kettenregel zu verwenden. Damit wäre die Sache eigentlich auf kurze Weise schon erledigt. Alternativ könnte man auch hier Produkt- bzw. Quotientenregel anwenden. Allerdings wäre das mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Und wenn die Aufgaben oder die Funktionen noch aufwendiger und noch hässlicher werden, ist es meistens empfehlenswert, in erster Reihe die Quotientenregel zu verwenden. Allerdings kann man auch Produktregel anwenden, was hier wirklich nicht schön wäre an dieser Stelle. Viel zu aufwendig zum Zusammenfassen. Und so oder so, egal wie man es macht, die Kettenregel braucht man indirekt auch, weil der Nenner verkettet ist. Ich habe euch jetzt anhand dieser kleinen Übersicht gezeigt, wann bzw. welche Regeln Sinn machen. Jetzt will ich euch natürlich auch beweisen, dass es so ist. Also werden wir diese und andere gebrochen nationale Funktionen ableiten. Und hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Wir haben ja gesagt, zur Auswahl stehen Potenz- und Faktorregel, Produktregel und Quotientenregel. Um die Potenz- bzw. Faktorregel zu verwenden, müssen wir zuerst die Funktion umformen. Und zwar dieser x hoch 3, was unter dem Bruchstrich steht, wird nach oben gezogen. Dadurch kriegt der Exponent natürlich ein negativer Vorzeichen. Entsprechend haben wir dann 2 mal x hoch minus 3. Und jetzt können wir einfach ableiten. Das heißt, die minus 3 kommt nach vorne und wird mit der 2 multipliziert. 2 mal minus 3 ist natürlich minus 6. Und die neue Hochzahl, nachdem wir 1 abziehen, ist natürlich minus 4. Das Ganze können wir auch ein bisschen sauberer darstellen als minus 6 durch x hoch 4. Alternativ, habe ich gesagt, können wir auch die Produktregel wählen. Dafür müssen wir zuerst hier nach der Umformung ein u und ein v definieren. Es würde natürlich Sinn machen, wenn 2 u ist und x hoch minus 3 unser v. Und dann können wir loslegen. Also, die Produktregel hieß am Anfang u' mal v. u' heißt 2 abgeleitet sind 0 mal v mal x hoch minus 3. plus, und dann kommt u mal v', also 2 mal. Und x hoch minus 3 abgeleitet sind natürlich dann minus 3 mal x hoch minus 4. Wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen zusammenfassen. 0 mal irgendwas ist 0. Das Wörter dieser erste Dämpfer schwindet ganz. Und am Ende haben wir 2 mal minus 3 ist natürlich die minus 6. Mal x hoch minus 4 können wir auch so schreiben durch x hoch 4. Also, selbstverständlich kommt das Gleiche raus. Nur der Rechenaufwand ist schon ein bisschen größer. Und jetzt noch mit der Quartientenregel. Um die Quartientenregel anzuwenden, müssen wir hier bei unserem Bruch einen Zähler und einen Nenner definieren. Also, beziehungsweise sind schon da. Der Zähler ist immer u und der Nenner ist unser v. Nach der Quartientenregel kommt als erstes u' mal v wieder. Das heißt, wieder 0 mal x hoch 3 minus u mal v'. 2 mal v' bedeutet, x hoch 3 wird abgeleitet. Das sind natürlich dann 3 x hoch 2. Und das Ganze durch v². v² heißt in diesem Zusammenhang x hoch 3 alles hoch 2. Jetzt noch ein bisschen zusammenfassen. 0 mal x hoch 3 ist natürlich wieder 0. Minus 2 mal 3 sind minus 6 x hoch 2. Und das Ganze durch x hoch 3 alles hoch 2 sind x hoch 6. Am Ende kann man noch ein bisschen kürzen. x hoch 2 kürze ich komplett weg. Und unten im Nenner bleibt nur noch x hoch 4 stehen. Also, Endergebnis, selbstverständlich das gleiche, minus 6 durch x hoch 4. Und auch hier erkennt ihr, es ist verbunden mit noch mehr Rechenaufwand. Also, zu empfehlen wäre auf jeden Fall, oder wären auf jeden Fall die Grundregel hier oben. Bei unserer zweiten Beispielaufgabe haben wir gesagt, am besten wäre Kettenregel gefolgt von Quotienten bzw. Produktregel. Schauen wir uns mal an, wieso das so ist. Um die Kettenregel anzuwenden, müssen wir natürlich erstmal diesen Term wieder ein bisschen umformen. Das heißt, die Klammer mit der hoch 3 wird nach oben gezogen. Entsprechend haben wir dann 2 mal 3x plus 1 hoch minus 3. Spätestens jetzt solltet ihr erkennen, es gibt eine äußere Funktion, das ist die Klammer mit der hoch minus 3. Und eine innere Funktion, das ist diese 3x plus 1. Also, wenn wir das Ganze mit der Kettenregel ableiten, ich fange beispielsweise mit der äußeren zuerst an. Das heißt, die minus 3 kommt nach vorne zu der 2. Da haben wir minus 6 mal Klammer auf. Die innere wird einfach nur abgeschrieben. Und die neue Hochzahl, wenn wir 1 abziehen, ist natürlich minus 4. Also, diesen Teil hier entspricht der äußeren Ableitung. Und jetzt kommt noch die Ableitung der inneren Funktion. 3x plus 1 abgeleitet sind natürlich nur 3. Und damit sind wir eigentlich schon fertig. Wir könnten hier an dieser Stelle noch ein bisschen zusammenfassen. Minus 6 mal 3 sind minus 18. Und die Klammer bringen wir wieder unter den Bruchstrich, damit wir einen positiven Exponenten haben. Oder Hochzahl. Und dann haben wir 3x plus 1 hoch 4. Also, auch der Schäubeaufwand hält sich hier bei dieser Taktik im Rahmen. Wenn wir das Ganze jetzt mit den Quotientenregeln bearbeiten, müssen wir natürlich wieder ein u und ein v definieren. Zähler ist wie immer u. Und Nenner ist v. Und wir legen erneut los. Das heißt, u' mal v. Als erstes, u' ist ja 0 mal diese Klammer 3x plus 1 alles hoch 3. Minus u mal v' also 2 mal. Und jetzt müssen wir v abgeleiten. Aufpassen, das ist wiederum eine verkehrte Funktion. Wir brauchen für diese Klammer wieder die Kettenregel. Wir fangen mit der hoch 3 an, mit der äußeren, die geht nach vorne. 3 mal, Klammer auf, 3x plus 1. Die neue Hochzahl wäre dann hoch 2. Und dann kommt erneut die innerer Ableitung. 3x plus 1 abgeleitet sind wieder 3. Das war der Zähler bei der Quotientenregel. Und der Nenner, v², ist natürlich dann 3x plus 1. Alles hoch 3. Und das Ganze nochmal in Klammer mit hoch 2. Also, ihr seht, die Terme werden schon ungemütlicher. So, das können wir natürlich noch ein bisschen zusammenfassen. 0 mal irgendwas ist 0. Dann können wir hier noch die Zahlen zusammenfassen. Minus 2 mal 3 sind minus 6 mal 3 sind minus 18. Also, entsprechend haben wir dann oben in der Zähler noch minus 18 mal diese Klammer 3x plus 1 alles hoch 2 stehen. Durch den Nenner können wir auch die äußerste Klammer dann auflösen. Dann haben wir 3x plus 1 hoch 6. Klar, kürze ich die Klammer weg. Oben komplett. Unten bleibt hoch 4. Und spätestens jetzt könnt ihr erkennen, ihr habt ja das gleiche Ergebnis wie oben. Mit deutlich mehr Rechenaufwand. Naja, noch schlimmer wäre die Produktregel. Da gehen wir wieder hier oben und definieren bei diesem Produkt das hier als u und das hier als v. Und dann können wir auch damit loslegen. Also, u' ist 0 mal 3x plus 1 hoch minus 3. Das ist u' mal v plus. Und dann u mal v' dann kommt ja 2 mal. Und dann v' dann müssen wir diese 3x plus 1 hoch minus 3 hier ableiten. Also, wieder mit der Kettenregel. Die minus 3 kommt nach vorne. Dann wird erneut die Klammer abgeschrieben. Die neue Hochzahl ist dann hoch minus 4. Und am Ende noch mal die Innere Ableitung. Also, wieder mal 3. Wenn wir zusammenfassen, das hier verschwindet. Und dieser Term hier unten könnte man auch noch zusammenfassen. Natürlich hat man praktisch wieder, wenn man alles zusammenfassen tut, minus 18 mal die Klammer mit der hoch minus 4. Und die können wir wieder unter den Bruchstrich bringen. Dann haben wir 3x plus 1 hoch 4. Also, ich hoffe, ihr könnt wirklich erkennen, am besten dafür geeignet ist in diesem Fall die Kettenregel. Bei der dritten Beispielaufgabe kamen Quotienten- bzw. Produktregel zum Ausfall. Also, fangen wir erstmal an mit der Quotientenregel. Dafür müssen wir natürlich wieder u und v definieren. Zähler ist wieder u und Nenner ist v. Und wir legen los. f' von x ist gleich. u' mal v. x hoch 2 minus 1 abgeleitet sind natürlich 2x. x mal v. Das heißt, ich schreibe diesen Nenner einfach nur ab. 3x plus 1 hoch 2. Minus u mal v'. u bleibt dann x hoch 2 minus 1. Und selbstverständlich, weil es zwei Terme sind, wird das in Klammer gesetzt. Mal v'. Ich leite einfach diese Klammer ab. Das heißt, die 2 kommt wieder nach vorne. Ich fange wieder mit der äußeren an. Also, hier brauchen wir indirekt wieder die Kettenregel. Und dann haben wir 2 mal 3x plus 1. Die neue Hochzahl wäre hoch 1. Das können wir uns auch sparen. Aber die innere Ableitung ist noch wichtig. 3x plus 1 abgeleitet sind natürlich 3. Und das Ganze durch v². Das heißt, 3x plus 1 hoch 2. Alles hoch 2. Das sind dann 3x plus 1 hoch 4. Jetzt mal schauen, wie wir diesen Term vereinfachen können. Naja, in erster Reihe sollte euch auffallen, dass diese Klammer mit der 3x plus 1 in beide Teile des Zählers steht. Das bedeutet, wir können sie einmal nach vorne ausklammern. Das heißt, einmal nehme ich hier 3x plus 1 weg. und ziehe es nach vorne. Und einmal nehme ich es hier hinten auch weg. Dann bleibt vorne, oder bleiben noch diese 2x mal noch einmal die Klammer. Die war ja mit hoch 2. Wenn ich sie einmal nach vorne ziehe, dann bleibt sie noch einmal stehen. Und hinten, nachdem die Klammer weg ist, bleiben diese 2 und diese 3. 2 mal 3 sind 6. Und die kann ich natürlich auch noch vor der Klammer mit der x² minus 1 ziehen. So würde dann der Zähler zusammengefasst aussehen. Und der Nenner bleibt an dieser Stelle gleich. Sind dann einfach 3x plus 1, alles hoch 4. Gut, wozu haben wir das gemacht? Wir können jetzt kürzen. Das heißt, das hier kürzt sich weg mit einer Klammer von unten. Das bedeutet, hier bleibt noch hoch 3. Und in der oberen Klammer können wir das Ganze nochmal ein bisschen auflösen, aufmachen. Das bedeutet, das mal das. Hier, 2x mal 3x sind natürlich 6x². plus 2x mal 1 sind 2x. Und hinten haben wir minus 6 mal x² sind minus 6x². Und minus 6 mal minus 1 sind natürlich plus 6. Den Nenner lässt man üblicherweise in Ruhe. Das heißt, dann einfach nur 3x plus 1 ist alles hoch 3. Das Einzige, was man oben noch zusammenfassen könnte, sind 6x² und minus 6x². So wie es aussieht, kürze ich das Ganze ganz gut weg. Und wir haben jetzt ein relativ kompakter Ergebnis. 2x minus 6 durch diese Klammer wieder hoch 3. 3x plus 1 hoch 3. Okay, es ist schon ein bisschen was zu rechnen, aber das Ergebnis sieht gut aus. Man könnte es auch noch bei Bedarf ein zweites Mal ableiten. Wenn ich das Ganze jetzt mit der Produktregel versuchen würde, dann müsste ich natürlich erstmal diesen Bruch umschreiben, so dass ich ein Produkt habe, beziehungsweise wieder ein u und ein v erkenne. Und keine Sorge, ich werde das jetzt nicht zu Ende rechnen, weil das ist jetzt wirklich mit sehr viel Rechenaufwand verbunden. Aber ich will euch nur kurz zeigen, wieso das keine gute Idee ist. Möglich wäre es, aber sehr viel Rechenaufwand. Also u' mal v. u' ist natürlich 2x mal v. Dann schreiben wir einfach mal diese Klammer ab. 3x plus 2, plus 1, sorry, hoch minus 2. Und dann plus u mal v'. Also u ist dann x² minus 1 mal v'. Das heißt, die äußere, die minus 2, kommt wieder nach vorne. Dann wird die Klammer abgeschrieben. 3x plus 1 und das Ganze ist dann hoch minus 3 mal die Innere Ableitung. Das wäre dann mal 3. Gut, ihr seht, was ist der Nachteil im Vergleich zu dem Term bei der Quotientenregel? Natürlich haben wir jetzt negative Hochzahlen, damit ist es nicht leicht zu rechnen. Man könnte auch zwei Brüche bilden, aber die zusammenzufassen, wäre wieder ein Riesenaufwand. Man muss den Hauptnenner definieren und erweitern und so weiter. Also ich wäre am Ende wirklich noch schlimmer dran, als mit der Quotientenregel. Zum Schluss noch vielleicht ein Beispiel, was beim ersten Blick eventuell schlimm aussieht, allerdings in Wahrheit harmlos ist. Und zwar, wir haben eine relativ große gebrochenationale Funktion. Allerdings, wenn man diese Funktion ein bisschen genauer anschaut, dann sollte euch auffallen, dass man praktisch diesen großen Bruch hier zerlegen könnte. Und zwar in drei kleinere Brüche. Also, erster Bruch, was entstehen kann, ist dieser 4x² durch x. Unser zweiter Bruch sind 2x durch x. Und der letzte Bruch wäre 1 durch x. Auf diese Weise kann man es auch ein bisschen anders schreiben. Also, 4x² durch x plus 2x durch x und als letztes noch 1 durch x. So, und jetzt solltet ihr auf jeden Fall erkennen, dass man hier einiges kürzen könnte. Zum Beispiel beim ersten Bruch, x ist ganz weg, bleibt eine 1 hier übrig. Und hier bleibt nur ein x hoch 1 übrig. Beim zweiten Bruch ist x auch ganz weg, bleibt nur die 2 übrig. Und beim letzten Bruch können wir nichts kürzen, aber um das Ganze abzuleiten, könnten wir hier ein bisschen umformen. Das heißt, nachdem wir zusammenfassen, bleibt am Anfang nur noch 4x übrig. Dann plus 2 und unser letzter Term, wie gesagt, hier steht eine x hoch 1. Das ziehen wir nach oben, ist ein bisschen angenehmer zum Ableiten. Ist es dann x hoch minus 1. Wenn wir das Ganze jetzt ableiten, dann brauchen wir keine dieser großen Regeln, also keine Ketten, keine Produkt-, keine Quotientenregeln. Wir können ganz normal mit Faktor- und Potenzregeln ableiten. Das heißt, 4x abgeleitet sind 4, die 2 fällt weg und die minus 1 kommt nach vorne. Dann haben wir minus x hoch minus 2. Bisschen sauberer dargestellt, eventuell. 4 minus 1 durch x². Also, es lohnt sich manchmal auch ein bisschen den Term genauer anzuschauen. Vielleicht braucht man gar keine dieser großen bösen Regeln. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Hinsichtlich der Ableitung gibt es natürlich noch andere Sachen, die eine wichtige Rolle spielen. Wie zum Beispiel das Ableiten von einfach- und mehrfachverketteten Funktionen. Dann, wie ihr bereits gesehen habt, Potenzfaktor Summen, sowie Produkt- und Quotientenregeln. Dann die Ableitung von trigonometrischen Funktionen, damit meine ich Sinus- und Kosinusfunktionen, oder Exponential- und Logarithmusfunktionen. Wie bereits erwähnt, wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und dann, wie ihr schon habt, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann.